Art Attack Zuschauer erinnern sich bestimmt noch an die Gruppe Sticks zurück. Die hatte mit Boat on the River oder Mr. Roboto zwei Riesenhits. Und Mr. Roboto gibt es jetzt wieder virtuell und nur im Internet von Maschinenmenschen. Wir erwecken den Maschinenmenschen Form von Suzumi jetzt kurz mal wieder zum Leben. Hier sind sie mit Domo Origato. Domo Origato Domo Origato Domo Origato Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020